hey leute was geht ab und willkommen zu diesem neuen video ich weiß das neue setup hier ist vom ton her jetzt noch nicht ganz so weit wie ich mir vorstelle aber vielleicht sind ja die neuen beats by dray studio 3 wireless vom ton so wie ich es mir vorstelle von daher viel spaß über die geschichte von beats by dray könnte ich euch wirklich eine ganze menge vor allem auch interessantes erzählen ich verlinke euch da aber lieber eine vier episoden dokumentation auf netflix wie solltet ihr euch unbedingt reinziehen die ist richtig cool aber schon vor sechs oder fast sogar sieben jahren hatte ich schon meine ersten beats by dray kopfhörer und war wirklich stolz wie oscar ich habe es auch jedem gegeben weil ich gesagt habe das musst du mal anhören wie gut der sound ist das dachte ich auf jeden fall damals denn schon immer war es so dass beats by dray kopfhörer wirklich etwas besonderes waren sie hatten wirklich naja einem das gefühl gegeben es sind mehr als nur kopfhörer und heute ist die firma mittlerweile schon zehn jahre alt und hat fürs jubiläum natürlich eine besondere ten years special edition rausgebracht das merkt man aber auch an den details naja beats war eigentlich schon immer eine firma die wert auf details gelegt hat das merkt man auch bei der unboxing experience ich kann mich an keinerlei kopfhörer erinnern die tatsächlich dafür gesorgt haben dass schon beim auspacken eine art besonderes gefühl dann auch irgendwie vermittelt wurde besonders finde ich übrigens auch das zubehör man bekommt einen karabiner warum auch immer den habe ich noch nie genutzt dazu bekommt man noch ein usb kabel mit dem man nach naja die kopfhörer super schnell aufladen kann außerdem noch diese richtig beat typischen rotfarbenen klinken kabel und für die jubiläums edition gibt es natürlich ein paar eingravierungen hier ein bisschen extrem hochwertige verarbeitung vor allem auch das case fühlt sich richtig gut an naja eben das i tüpfelchen um aus der masse irgendwie hervorzustechen was aber unverändert blieb und das finde ich eigentlich richtig gut ist die tatsache wie intensiv der bass dann bei den kopfhörern drückt und deswegen war ich auch der sound schon immer etwas besonderes vor allem was naja der bass angeht mir gefällt die tatsache weil ich schon sehr stark beat lastige musik höre vor allem auch hip hop und house und da kommen natürlich diese kopfhörer richtig stark zur geltung ansonsten muss man aber auch erwähnen dass die studio 3 wireless im gegensatz zu den vorgängern naja wirklich viel voluminöser klingen und viel besser klingen der sound ist kräftig und klar keine verzerrungen nur die abstimmung ist etwas naja was man schon genießen kann ich glaube zwar nicht dass klassische musik oder vor allem auch rockmusik ist mit den beats kopfhörern wirklich zur geltung kommen aber das ist auch nicht die musik die ich beispielsweise höhere von daher passt es ja eigentlich außerdem ist zwar das neues kanzling deutlich besser geworden als zu den vorgängermodellen aber im vergleich beispielsweise zu den bose quiet comfort 35 die ich auch habe ist das jetzt auch nicht so das allerbeste man hört bei den beats kopfhörern doch noch hier und da so ein bisschen ein grundrauschen was mich jetzt nicht wahnsinnig gestört hat allerdings ist einfach so die tatsache wenn man schon den vergleich hat muss ich das auch negativ erwähnen außerdem ist mir auch negativ aufgefallen warum man im jahr 2018 nach wie vor bei 300 euro kopfhörern auf micro usb zurückgreift das hätte man deutlich besser machen können mit lightning oder mit usb typ c was mein favorit wäre aber das ist natürlich nur wunschgedanke es ist auch wirklich super vergleichbar mit iphones natürlich kommt es auch von derselben firma apple hat mittlerweile beats by dre aufgekauft und das gleiche trifft auf beide produkte zu genauso wie bei den iphones gilt jetzt auch für die beats by dre kopfhörer folgendes statement es ist nicht das allerbeste produkt vor allem auch nicht für den preis es gibt vom sound her oder von der soundqualität deutlich bessere kopfhörer für denselben preis allerdings ist es eben genau wie ein iphone denn obwohl es nicht das beste produkt ist möchte man es trotzdem haben man möchte dieses gefühl haben beats zu tragen und es ist einfach mehr als nur ein paar kopfhörer man bekommt ein richtiges statement damit vermittelt und das ist trifft genauso auf die iphones tun denn wenn man es hat hat man auf jeden fall keinen fähig auf den alle werden es akzeptieren denn dafür sind sie einfach dann doch zu gut fazit die zwei drei sind auf jeden fall ihr geld wert es ist eine ganze menge geld und man bezahlt eigentlich nicht nur den sound wenn man beats by dre kopfhörer haben möchte ist das eigentlich auch ein statement es sind nicht die allerbesten kopfhörer die man für das geld bekommt allerdings muss ich schon auch zugeben dass das design extrem cool ist und naja es ist halt wie bei den meisten menschen auch wenn man ein gutes handy möchte kauft man automatisch ein iphone und naja es gibt bessere smartphones für das geld und genauso ist es bei den kopfhörern auch es gibt deutlich bessere allerdings sind sie auf jeden fall in den top 3 vielleicht in den top 2 kopfhörern dies in dem preissegment gibt ich finde es auf jeden fall so cool dass ich sie gerne getragen habe allerdings greife ich dann doch lieber zurück auf meine quite comfort 35 einfach aus dem grund weil mir das grund rauschnitt bei denen jetzt nicht so ganz gefällt dafür ist aber das design richtig cool ich muss sagen das sind die allerbesten beats kopfhörer die ich bisher hatte aber nächsten monat kommen auch ein paar in ears dann dabei ich muss sagen das sind die allerbesten beats kopfhörer die ich bisher hatte allerdings werde ich mich jetzt bei dem fitnessstudio anmelden und zum januar dann ein neues sportvideo machen und da werde ich dann auch die powerbeats testen also falls euch das video gefallen hat abonniert den kanal weil dann sehen wir uns auch schon im nächsten video wieder bis dahin see ya